Saxton Hale! Ja, 90% der Kämpfer. Sexton Hale Mode ist ganz simpel erklärt. Jeder Charakter hat... Das ist ganz normal wie in jedem Team Fortress. Und dann gibt's Sexton Hale! Das ist der einzige Gegner. Und der ist übermächtig. Und kann jeden... Oh! Diesmal ist es der Osterhase. Eigentlich ist Sexton Hale immer der Typ mit dieser netten, behaarten Brust. Flau! 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 Ach verdammt. Aber diesmal ist Sexton Hale ein Osterhase. Irgendwann hat sich das geändert, dass man viele verschiedene Sachen dazu fügt. Gut ist auch immer der brutale Sniper. Oder was ich auch schon gesehen habe, Adolf Hitler. Ja. Das sind dann immer... Hier ist es der Demoman in einem Osterhasenkostüm. Der unbemächtig ist. Und wir müssen ihn alle Mann zusammen töten. Und er muss uns töten. Oh! Fuck! 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 Jede Klasse! Ja, klar. Natürlich lebe immer noch. Blöd an diesem Game ist halt nur, wenn du tot bist und die anderen noch leben, dann musst du warten für sie. Alle tot sind oder der tot ist. Bäm! Treffer! Ah! Ich hink fest an so einer kleinen Lampe im Gang. Ah, ich lieb den Baby-Faced-Ballermann. Oder eher gesagt, meinen Face-Pawmer. Face-Pawmer? Klar, so hab ich den doch genannt. Hab ich den doch vorhin gezeigt. Ich weiß. Wo bist du? Ich will dich heilen. Bist du Medic? Ja. Dann geh lieber weg von mir. Ich stehe so nah an... Nee, ich krieg auch einen Boost. Einen Speed-Boost. Will ich dich heilen. Das ist ja unfair für den, ja? Ja. Ich bin oben auf der Überbrückung. What the fuck? What the? Warum fallen ganz viele Eier aus dem raus? Das ist deine Special-Fähigkeit, glaub ich. Bist du das? Nee, wo bist du? Ich komm jetzt hoch. Wenn du der Mann wärst, der ich wünsche, dass du wärst, dann würd ich dich küssen, sagt er. Ja, den Speed-Boost bist du nicht gewohnt, wa? Oh, what the fuck? Komm, ich krieg dich. Ja, ich treff dich gleich. Pass mal auf. Ja, ich hab dich getroffen. Wo bist du? Ja, du will be dead and I want to go with the keys. Ja, da bist du doch. Heil mich. Und Speed up. Ja, warte. Das ist cool, dieses Geschwindigkeitsgefühl, wa? Ja. Komm, wir rennen durch den Tunnel. Ich kann dich jetzt auch... Was kannst du? Ich kann dich überladen. Als wenn ich das brauchen könnte. Weiß nicht. Ich ne. BITCH PLEASE! Ja, you're real scary! Weeeee! Ja, punch mich. Ich flieg voll weg. Waaah! Waaah! Hat er dich gehittet? Ja. Wieso lebst du noch? Weil ich auch noch ne von Wundwurr war. Ich werde nur rüberladen. Warte, ich... Wo bist du? Rampage! Ich weiß nicht, warum man das hier eingefügt hat, das ist total useless, dieses Rampage und sowas. Weil der bringt ja eh alle um. Ja. Wo ist er hin? Äh, genau, what the fuck, what the fuck. Er ist dort, wo die ganzen Eier durch die Gegend fliegen. Ich liebe es als Scout in diesem Modus, du bist so verdammt schnell. Hm. Bam, 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 bam. Und mich an den Kopf gewirft. WAA! Fuck, fuck, fuck. Oh, jetzt hat er mich das gehabt. Fuck, lauf, 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 lauf. Bitch. Nein, komm her, nein. Okay, jetzt darfst du warten, bis es schafft, mich zu killen. Ja. Ne, lauf, 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 geh weg. Na super, sie, das ist am falschen abgefahren. Beide haben getroffen. Jetzt kannst du mir zugucken, wa? Ja, ich geh zu. Oh, this is not good. Oh, this is not good. Ah, 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 ah. Ich muss hier voll schnell durchmanövrieren. Schaffst du. Bam! Ich hab sogar den letzten Hit mitgemacht. Oh, schade, ich hab aber viel zu wenig Schaden gemacht. Du bist sogar unten, weißt du, warst du bester Spieler? Ich hatte die beste Heilung. Ah ja, das ist auch cool, wenn du Töne eingibst. Hm. Oh, da ist kein Geräusch. Doch. Oh, ist immer rot. Wo bist du, wo bist du? Ich bin wieder willig. Ich muss was anderes nehmen. Ich darf auf einmal kein Scout mehr sein. Ich verstehe das noch nicht. Den Vagineer. Das ist der Ingenieur, der so aussieht, als hätte der eine Muschi als Mund. Oh. Was bist du jetzt, Feiner? Ah, Soldier. Soldier. Das wird nicht lange gut gehen. Heidi, hör auf! Oh, ich bin tot. Der spricht geil, der Vagineer. Oh, Mann. Wo bist denn du? Da bist du. Ich will ja nicht sein, der Soldier. Ich hab das jetzt nur aus Geschwindigkeit rausgenommen. Ich hab Zufall gemacht. Oh. Verdammt. Kommt sie nicht hoch? Oh. Können, Mann. Können. So, ein Winzer, bist du ruhig. Ja. Gut, du hältst ja meist von dem Saxon-L sowieso nur einen Hitter aus. Das ist ganz selten. Der Heavy kann zwei aushalten. Ja. Na, trifft mal von dem. Hab ich. Zweimal. Oh. Und irgendwann gibt die Munition. Ja, das wird wohl passieren. Ich hab nichts machen. Was machen die da mit dem? Der fliegt die ganze Zeit nur. Der kann ein echt leid tun. Wo ist er hinter? Hui. Ist wieder ich zu mir, oder was? Nee. Wupp. Fuck. Nein! Das killst du dich selbst. Der war eine unsichtbare Wand an der Ecke. So eine Scheiß. Oh. Erzieherische Maßnahme. Die Lederpeitsche. Oh, ho, ho. Tja, ich will jetzt mal diese Runde verlieren wir. Ich hab jetzt Demo-Man mit meiner tollen Maske und meinem tollen Weihnachtsschwert. Yeah. Ich hab auch Demo-Man. Die Maske ist voll geil, ja. Wie heißt das Game nochmal? Äh, From Dust. Oh, was hat der denn? Das hier sieht auch cool aus beim Pyro. Ah. Na, der ist Afkar. Nein. Wer? Der ist 6.Nale. Achso, ich hab ruhig gedacht, du meinst du. Was ist eigentlich diesmal der 6.Nale? Normal. Standard 6.Nale? Dann zeige ich dir mal im Nahaufnahme. Wenn du triffst. Ich hau ihn einfach die ganze Zeit mit dem Schwert. Siehst du, und schon bin ich zu weiter geworden. Obwohl ich jetzt so später hingekommen bin, bin ich zu weiter geworden. Der eine ist von der Fahrrad da gewesen. 6.000 Damage. Ja, ich weiß nicht, warum sich Afkarler hier anmelden. Das Kotz bei Team Fortress sowieso am meisten an. Ja. Afkarler. Afkarler. Das ist schon wieder der Ingenieur. Das hört man schon wieder. Jep. Der Vaginier. Das klingt wie eine Krankheit. Okay, so wie der aussieht, hat der auch eine Krankheit. Wo ist er? Wo ist er denn? Man hört ihn, der bewegt sich definitiv. Er kommt hoch, glaube ich. Ja, kommt hoch. Wo hoch? Hier hoch. Auf die Überführung. Bam. Super, das passiert, wenn ich runterspringe. Ich gehe da wieder runter. Ja, ich habe ihn gesehen. Nein, läuft er. Er hat irgendein Scout hinterher. Er ist gerade wieder hoch. Bam. Oh. Bam, bam! Ich habe ihn umgerannt und er hat mein Schild gesmasht. So eine Scheiße, jetzt habe ich kein Schild mehr. Jetzt kann ich nicht mehr anstürmen. Jetzt ist das so ziemlich nützlos. Ich habe noch zwei Granaten. Ja, mir geht es auch nicht besser. Ich habe noch vier. Und ich kann keine... Ah doch, wenn er steht weg ist, kannst du wieder Granaten sammeln. Ich habe noch eine Granaten mehr. Ich habe nur noch eine, ja. Ah, da, fünf. Aber das hilft auch nicht groß. Oh, da. Kümmern wir uns erst mal um die da oben. Und der Heine springt erst mal auf ihn drauf. Oh, da läuft er. Aber er sieht mich nicht. Da hinten ist er. Wo? Da hinten war er, der Blue. War er Blue? Er kommt hoch. Ah, Blau und Schlau. Nein, du kannst doch stürmen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr stürmen. Ah! Ja, ich habe ihn runtergeschleudert. Also, wo runter? Wo ist er? Wann ich nicht, ja. Ah, in der Mitte beim Polen. Ich brauche neue Granaten. Ich auch. Aber wieso kann ich keine Einzelnen mehr? Jetzt geht das erst, wenn dein Schild weg ist. Konnte ich gerade auch nicht. Ich habe gerade was eingesammelt. Mal gucken. Wo ist er denn? Nates, 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 Nates. Äh, wahrscheinlich, weil ich einen persischen Säbel habe, oder nicht? Achso, ja, doch. An Säbel könnte es liegen. Stimmt, den hatte ich damals auch gehabt. Der persische Säbel macht ja, dass du Köpfe abtrennst und dich dadurch heilst. Aber dafür kannst du keine Granaten aufsagen. Naja, ich kann Munition, Munition heilt mich auch ein bisschen. Ja, ja, genau. Munition heilt dich. Und wenn du Köpfe abtrennst, zieht das als Munition. Was ich nicht verstehe, aber ist ja auch egal. Ja. So ist das halt. Komm, hoch. Hier sind wir die Letzten. Waaah! Ah! WTF? BITCH PLEASE! Runter mit dir! Nein, 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 nein! Hilfe! Nein! So eine Schatze! Maaan! So ein Mist! Maaan! Oh, nee! Fuck you! No! Maaan! WTF? BITCH! Also, du bist Sexten? Ja. Was bist du für ein Sexten? Ich glaube der Normale. Aha. Das zensiere ich später mal. Das Bild, was hier gerade einer gesprüht hat, zensiere ich später. Ach, da ist schon jemand tot. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah! Hast du mich erschrocken, Mann! Alter, stehst du auf einmal hinter mir. Fuck! Verdammt, Mann! Ich denke mir, Alter, wo ist er denn? Du stehst auf einmal hinter mir. Äh, der lebt noch. Ja. Wie soll. Uuuh. Genau das meine ich. Pass lieber auf. Ich weiß nicht, ob es dich sofort umbringt, aber... Naja. Jetzt fährst du rein. Ne. Ah, nee, da unten ist der Point. Das ist egal. Ne. Das sind solche Drecksäcke, ja. Vergiss nicht zu spotten, wenn die Liste voll ist. Wie geht das nun mal? Äh, mit G. Ja, genau. Ja, genau. Und nimm dir erstmal den wichtigen... Oh, Starforschreck! Du kriegst sogar einen Erfolg! Seit wann das denn? Dann haben die jetzt extra Sexten-Air-Erfolge rein gepatcht. Das wär geil. Das ist so ruhig. Erumerdik! Oder... Ja, das hat noch nichts gebracht. Du siehst da eine Leiste. Wenn da 100 steht, dann kannst du Rampage machen. So heißt das zumindest. Schlechtes Scout ever. In der Mitte. Unten drin am Punkt. Erlebt noch. Das ist eigentlich voll unfair. Ich sorge dafür, dass du fließt außerhalb des Rings. Jetzt ist er in der Mitte. Treff ihn nicht. Ja, ich seh. Jetzt aber. BAM! Eat Crab from my Ginger Anus! Aha! So geil. Ich scrabbe aus meinem Ginger-Arsch. Aus meinem Rothaaren-Arsch. Du haust mit der Faust gegen die Wand und... Oh, ich bin Sexten! Oh! Ich bin... Nein! Ja, doch, ich bin... Sniper? Nein, ich bin ein Sniper. Egal. Ich bin ein Sniper. Ich bin Sexten! Waaah! Mein Energie spackt rum. Ich hab 4.400... Ne, 6.489 oder... Ach, ich verbauere bei mir auch. BAM! BAM! Ich muss mich mal... Verspotten und dann kröten. Krieg's auch gern zurück. Dann müsst ihr mir Schaden machen. Ohne Schaden kann ich nicht spotten. Fucking sex I did help! I don't see you... I don't... don't see you... Where are you? Tonight. Ah, nicht. Wie viel Leben noch? Drei? Der hat sich bestimmt auch erschrocken. Ich habe ihn eine ganze Weile lang verfolgt. Wo bist du? Au. Ben, 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 Ben! Versucht er mich zu treffen! Nein! Yes! Wo bist du? Wo bist du? Weg! Ja, das sieht so aus! Soll ich mich wieder in die Mitte stellen? Dann kommst du auch von hinten! Dann kommst du auch von hinten! Komm! Mach mir erst mal 100 Schaden, dann bring ich dich um mit Schrei! Nein, nein, nein! Weiter! Gib mir mal Headshots! Noch einen! Dankeschön! Komm doch hoch! Brauchst dich doch nicht! Nein! Ich krieg keinen Erfolg! Habe ich den schon? Keine Ahnung! Wo ist denn hier eigentlich noch einer? Äh, der ist in irgendeinem Haus hinter so zwei Kanistern! Ich höre eine Sentry! Ja, der ist hinter so zwei Kanistern! Ja! WTF?! WTF?! Das war schlecht! Für ihn! Vorher wusste er denn das nur! Aber ich hab's auch gehört! Aber irgendwie hast du mir schon geholfen! Du bist voll der Arsch! Ja, klar! Er schreibt auch! Loll! Ja! Der Sniper! Schnipper! Der beste... Der beste... Sexten Ale ever! Obwohl der Standard Sexten Ale natürlich auch supergeil ist, ne? Aber bei dem ist das wegen dem Lied schon allein so geil! Okay! Der ist er sogar! Mal gucken, ob ich ihn sehen kann, bevor ich sterbe! Tolle Sache! Das hat er erledigt! Bei dem ist auch unfair, dass der gleichzeitig auch immer wieder mit Bogen schießen kann, ne? Ja! Ich mein' ich zumindest! Er sieht voll geil aus! Wenn er mal ruhig bleiben würde, ja! Eine Hand ist größer! Hahaha! Das hat echt lange gelegen, sowie bei mir Erste Begegnung mit dem und sofort tot! Er guckt jetzt auch hinter die Kanister Waller, denk Da könnte der sein! ... du 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 es ist eigentlich voll unfair aber wenn der in die jetzt nicht rauskommt und er den ingenie ich finde dann braucht es sich einfach nur auf den punkt zu stellen warten der in die sollte raus kommen kommt der ingenie ich raus habe ich glaube er kann dafür nicht dieses war dieses town machen was der also diese page ich glaube dass der sechsten kann dass es dafür verbogen schießen ja meine ich ja ich weiß auch nicht wieder mann hoch kommt ja aber auch nicht du bist du bist fast gesprungen naja das erste mal das zweite mal was er gedacht man kann auch da war übers dach springen also ja so bin ich auch das erste mal drauf gekommen und danach frage ich mich wie du da drauf kommst das macht er jetzt sollte der ganze zeit hin und her war jetzt versucht er noch nicht über die dächer zu kommen die sentry bringt nicht mal was warum guck doch wie kann ich nicht treffen auf die distanz war und da was was versucht er da der weiß wahrscheinlich nicht wenn er sich duckt und nach oben guckt das dann super jump ausführen kann und so wie ich das vorhin gemacht habe und der in die baut und baut ach guck mal weiß er doch er wollte ausprobieren jetzt direkt hintereinander geht das nicht doch ich bin so lustig wenn die die anschließend wenn er oben ist das fliegt der voll weg warum versucht er sowas vielleicht will er nur die prozent der vollkriegen kann sein ich habe ihn nur 116 damage gemacht voll traurig ja wie gesagt sollte er nicht springen das ist schon das zweite mal jetzt gleich wieder wie hoch er fliegt jetzt kommt er gar nicht mehr runter ewig da oben aber dass er das weiter versucht ja also den super sprung kennt er aber dieses rampage wahrscheinlich nicht das gefühl so kann die runde noch ewig dauern irgendwie ja dann guckt dahinter da sind bestimmt aber das lied ist gut es geht über die seite das gleiche dennoch versuchen es funktioniert nicht verstehst du das denn nicht vor dann spritt er gegen das dach aber ich wusste gar nicht dass der super sprung mehrfach hintereinander geht jetzt trifft ihn sogar der pyro mensch das ist sowas wie vorführen er hat es rausgefunden gut ich würde sagen das reicht jetzt auch erst mal oder aber sechsten modus wo genug vorgestellt immerhin waren wir beide mal und so was damit verabschieden wir uns danke fürs zuschauen und alles mögliche wenn es euch gefallen hat lassen like und kommentar und sowas wenn ich dann macht es trotzdem weil ihr es könnt und bis zum nächsten mal würde ich sagen